In noch nicht mal sieben Tagen haben 40.000 Menschen unsere Petition für den Erhalt des Sozialtickets in NRW unterstützt und wir waren gemeinsam erfolgreich. Das Sozialticket ist für 2018 gesichert. Dafür ein Riesendank an euch. Ihr könnt euch darauf verlassen. Wir als NRW-Grüne werden in den Folgejahren genau gucken, was CDU und FDP planen und wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass bezahlbare Mobilität für alle erhalten bleibt. Es ist gut, euch an unserer Seite darin zu wissen. Wir kommen gerne wieder auf euch zu, wenn es brennt. Bis hierhin aber erstmal vielen Dank für den tollen Support, den ihr mit der Unterschrift zu der Petition geleistet habt. Dankeschön.